Nina Christen aus der Schweiz mit Bronze im Luftgewehr und Gold im Dreistellungskampf, die erfolgreichste Schützin Tokio 2020. Ninas Markenzeichen ist die Geschwindigkeit. Auch brenzlige Finalschüsse vollstreckt sie in weniger als 10 Sekunden. So wie hier beim 20. Schuss des Finals in Tokio. Der bessere Treffer bringt Bronze. So wie hier beim 20. Schuss des Finals in Tokio. Der bessere Treffer bringt Bronze. Schuss des Finals in Tokio. Schuss des Finals in Tokio. Schuss des Finals in Tokio. Entschuldigung. Gottes Gewinn Ries nicht mehr. Das ist gerade mitXie in Deutschland Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020